Bhagavad Gita, Vers 2.7 Ich weiß nicht mehr, was meine Pflicht ist und habe aus Schwäche meine Fassung verloren. In diesem Zustand bitte ich dich, mir eindeutig zu sagen, was das Beste für mich ist. Jetzt bin ich dein Schüler und eine dir hingegebene Seele. Bitte unterweise mich. Erklärung Alle Aktivitäten in der materien Welt sind die Ursache für Verwirrung. Bei jedem Schritt gibt es Verwirrung und deshalb ist es für jeden notwendig, sich einem echten geistigen Meister zu nähern, der ihm die richtige Führung darin geben kann, den Sinn des Lebens zu erfüllen. Alle vedischen Schriften geben uns den Rat, uns einem echten geistigen Meister zu nähern, um von den Verwirrungen des Lebens frei zu werden, die ohne unseren Wunsch auftreten. Sie sind wie ein Waldbrandfeuer, das wütet, ohne von jemandem entfacht zu sein. Ähnlich sieht auch die Situation in der Welt aus. Verwirrungen im Leben erscheinen automatisch, ohne dass wir uns ein solches durcheinander wünschen. Niemand will, dass es brennt, aber dennoch geschieht es und wir geraten außer Fassung. Das vedische Wissen rät daher, sich einem geistigen Meister zu nähern, der sich in der Nachfolge der geistigen Meister befindet, um die Verwirrungen des Lebens zu lösen und die Wissenschaft von ihrer Lösung zu verstehen. Wer einem echten geistigen Meister folgt, sollte eigentlich alles wissen. Man sollte deshalb nicht in materiellen Verwirrungen verstrickt bleiben, sondern einen geistigen Meister aufsuchen. Das ist der Sinn dieses Verses. Wer ist nun solchen materiellen Verwirrungen ausgesetzt? Er ist derjenige, der die Probleme des Lebens nicht versteht. In der Garga Upanishad wird der verwirrte Mensch wie folgt beschrieben. Er ist ein Geizhals, der die Probleme des Lebens nicht als Mensch löst und daher diese Welt wie die Katzen und Hunde verlässt, ohne die Wissenschaft der Selbstwirklichung zu verstehen. Die menschliche Form des Lebens ist das kostbare Geschenk für das Lebewesen, denn es kann sie zur Lösung der Probleme des Lebens nutzen. Wer diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, ist ein Geizhals. Auf der anderen Seite gibt es den Pramana, den Menschen, der intelligent genug ist, diesen Körper zur Lösung aller Probleme des Lebens zu nutzen. Die Krippanas oder Geizhälse verschwenden ihre Zeit aufgrund der materiellen Auffassung des Lebens in übermäßiger Zuneigung für Familie, Gesellschaft, Land usw. Die meisten Menschen haften am Familienleben, an Frau, Kindern und anderen Angehörigen. Diese Anziehung auf der körperlichen Ebene wird Hautkrankheit genannt. Der Krippana glaubt, dass er seine Familienmitglieder vor dem Todes schützen könne oder dass Familie oder Gesellschaft ihn vor dem Rachen des Todes retten könnten. Eine solche Familienanhaftung kann man selbst bei Tieren finden, die sich ebenfalls um ihre Kinder sorgen. Da Arjuna intelligent war, konnte er verstehen, dass seine Zuneigung für die Familienangehörigen und sein Wunsch, sie vor dem Tode zu schützen, die Ursachen seiner Verwirrungen waren. Obwohl er verstehen konnte, dass es seine Pflicht war, zu kämpfen, konnte er dennoch aufgrund geiziger Schwäche seine Pflichten nicht erfüllen. Er bittet daher, Shri Krishna, den höchsten geistigen Meister, eine eindeutige Lösung herbeizuführen. Er will nun Krishnas Schüler werden und freundschaftliche Gespräche beenden. Gespräche zwischen dem Meister und dem Schüler sind ernsthaft. Und jetzt will Arjuna vor dem anerkannten geistigen Meister sehr ernsthaft sprechen. Krishna ist deshalb der ursprüngliche geistige Meister, der die Wissenschaft der Bhagavad-Gita lehrt, und Arjuna ist der erste Schüler, der die Gita versteht. Wie Arjuna die Bhagavad-Gita versteht, wird in der Gita selbst erklärt. Und dennoch behaupten verblendete weltliche Gelehrte, dass es nicht notwendig sei, sich Krishna als Person hinzugeben, sondern dass man sich dem Ungeborenen in Krishna zuwenden solle. Es gibt keinen Unterschied zwischen Krishnas Inneren und Krishnas Äußerem. Wer dies nicht begreifen kann, erweist sich im Versuch, die Bhagavad-Gita zu verstehen, als der größte Dummkopf. Geistigte, die sich in dem Böden anerkannten geistigen, wie die белigen Art und Krishnas希, die sich in der Nähe der Lebewesen weiterfassen zu haben. Eine passe, die sich in der Nähe der Höhe und die Schmerzen auft. Sie sehen uns auf die Schmerzen auf die Schmerzen auf das Schmerzen auf. ich versuche nicht nur noch nicht in unsere Größen auf die Schmerzen auf. die Schmerzen auf die Schmerzen auf der Kilo zu kohlen schmerzen. Und jetzt Oi.